Konstruiere das Dreieck ohne Benutzung des Innenwinkelsatzes. Man könnte jetzt hier auch die Konstruktionsart Winkel, Winkel, Winkel haben. Wenn wir hier nämlich 49 und 45 Grad gegeben haben, können wir natürlich Alpha sofort ausrechnen. Und dann ist das Ganze auch noch relativ simpel zu konstruieren. Aber in diesem Fall geht es auch nicht darum, ob simpel oder nicht simpel. Darum will ich mich ja nicht schlagen, sondern es geht darum, dass wir halt diesen Innenwinkelsatz einfach nicht benutzen dürfen. So, und jetzt wissen wir nur, die Winkelhalbierende von Beta ist 5 cm lang und Beta ist 59 Grad und Gamma ist 45 Grad. Jetzt haben wir hier schon mal ein allgemeines Dreieck, dass wir uns überlegen können, wie sieht denn das Dreieck ungefähr aus, beziehungsweise wie ist das nochmal bezeichnet. Hier Punkte A, B, C, hier A, B und C die Seiten. Dieses hier ist Alpha, dieses hier ist Beta und dieses hier ist Gamma. Oh, wow, das ist Gamma hier. Und die Winkelhalbierende von Beta ist diese hier. Dann ist natürlich dieser Winkel hier Beta halbe, beziehungsweise die Hälfte von Beta. Beta halbe oder ein halb mal Beta ist 29,5 Grad, nur damit wir das einmal haben. Jetzt die Frage, wie fangen wir an bei dieser Konstruktion? Wir können ja jetzt nicht einfach lustig einen Winkel dahin malen, könnte man natürlich auch, aber schöner ist es, wenn wir einfach mal sagen, okay, das hier ist 5 cm, unsere Winkelhalbierende von Beta. Das heißt, an diesem Punkt hier ist auch tatsächlich B und hier irgendwo wird dann die Seite B sein. Gut, jetzt wissen wir, dass auf dieser Seite ist Beta halbe und auf dieser Seite ist auch Beta halbe. Das heißt, wir können hier unser Dreieck mit dem Nullpunkt anlegen und können dann hier 29,5 Grad abtragen und das können wir dann erstmal hier schön hochziehen. Und zwar schön hochziehen, bis da oben hoch, völlig wurscht wie weit. Nicht zu weit, aber schon einfach ein bisschen weiter, denn jetzt können wir als nächstes hier unsere Null wieder anlegen an dieser Schiene. Man macht also quasi hier das Geodreieck so ran und verschiebt jetzt diesen Nullpunkt so lange. Nein, macht man natürlich nicht. Das ist hier ein bisschen schwierig jetzt für mich an der Tafel gerade. Denn wir müssen jetzt ja eigentlich nur hier hingehen und 45 Grad abpeilen. Und hier könnte man jetzt auch wieder denken, okay, wenn das hier 29,5 Grad sind und hier sollen 45 Grad sein, dann müssten wir hier an dieser Stelle, müsste ich dann ja 180 minus 45 minus 29,5 Grad abtragen. Das darf ich aber nicht. Sondern ich muss jetzt tatsächlich dabei gehen und hier 45 Grad abtragen. An dieser Stelle. Ja, hier baue ich also jetzt die 45 Grad, aber ich baue die hier an und hier an und hier an und so lange, bis ich hier tatsächlich auf diesen Punkt hier peilen kann. Da sind die 45 Grad. Ich habe hier vorher mehrere Hilfslinien auf 45 Grad eingezeichnet. Die dürfen auch gerne hier ein bisschen weiter rüber gehen. Ich sage auch nicht, dass das jetzt hier die eleganteste Variante ist. Das will ich auch gerne einräumen. Aber es ist eine Variante, die zum Ziel führt. Man rutscht quasi und das ist jetzt tatsächlich die Erklärung dafür, dass man mit der Zeichenkante in diese Richtung, mit dem Dreieck, mit dem Geodreieck so verrutscht, dass tatsächlich 45 Grad, dieses hier wäre jetzt für 90 Grad das Beispiel, für 45 Grad würde man jetzt also hier, da ist die 0 und hier ist irgendwie der rechte Winkel von dem Geodreieck und dann zeigt das Teil hier auf die 45 Grad. Und damit rutscht man jetzt hier auf dieser Linie entlang, bis man den Punkt hier angepeilt kriegt. Und wie kriegt man raus, ob man den angepeilt kriegt? Naja, man zieht hier immer so einzelne Striche durch und dann irgendwann kommt man tatsächlich auf den Punkt. Diese Hilfslinien hier sind dann ja Konstruktionshilfslinien, die kann man dann hinterher wieder wegradieren, wenn man mit einem Bleistift arbeitet. Allerdings, wenn man die Konstruktionsart zeigen will, dann ist es natürlich auch nicht verkehrt, die drin zu lassen. Wenn jemand hier im Übrigen eine ganz besonders tolle Art und Weise hat, wie man das konstruieren kann sonst noch, dann ist der herzlich eingeladen, dieses zu posten. Am besten als Kommentar. So, jetzt haben wir hier oben, hier an der Stelle können wir nochmal 29,5 Grad abzeichnen, zack. Und dann ziehen wir die beiden Linien hier, ziehen wir dann durch, bis sie sich treffen und haben dann unser Dreieck mit 59 Grad Beta, 5 cm Winkel halbierende, super Strich, 45 Grad hier und dann haben wir alles, was wir sonst noch brauchen. Wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn es hierzu noch andere Ansätze gibt, die zu lesen als Kommentar, kurzzeitig raus gewesen. Und ich zeige deswegen hier auch nochmal das Schild, nicht, dass ich gleich ganz raus bin. Jetzt bin ich ganz raus und sage Tschüss und auf Wiedersehen.